Ja, moin um neun, ihr Checker. Ihr fragt euch sicher, was genau ist ne Wärmepumpe? Ja, also im Endeffekt ist das so, dass da Wärme gepumpt wird. Sonst würde das ja auch anders heißen. Und mit Pumpen meine ich jetzt auch nicht Gewichte pumpen oder Geld pumpen, sondern ne Pumpe, die pumpt. So im Sinne von Pump up the Jam. Okay, so, bleibt am Ende noch die Frage, wer baut das Ding ein? Da würde ich sagen, einer, der Ahnung hat. Also nicht ich. Tschüssli, Müsli. Herzlich willkommen zu extra 3. Die Grünen sind wieder da, wo sie eigentlich nie wieder sein wollten. Die Grünen gelten wieder als spaßbefreite Verbotspartei. Vor zehn Jahren haben sie mit dem Veggie-Day genervt. Und jetzt kommt Robert Habeck persönlich vorbei und reißt uns allen die alten Gasheizungen raus. Ganz so ist es natürlich nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass zumindest ein Ministerium die Klimaziele ernst nimmt. Aber ob das so funktioniert, wie Habeck sich das vorstellt, also dass bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen in Deutschland installiert sein werden, ich glaube da noch nicht so recht dran. Es ist eher eine Hoffnung. In etwa wie, ich gehe jetzt wirklich zweimal die Woche joggen. Oder wenn ich nur lang genug suche, finde ich bestimmt eine bezahlbare Wohnung in München. Oder wenn man nur oft genug nachfragt, erinnert sich Olaf Scholz vielleicht doch noch. Für Habecks Wärmepumpen-Pläne bräuchte es eigentlich ein Gesetz, das die Finanzierung regelt. Es bräuchte auch viel mehr Informationen über die Förderung. Die Leute wissen ja gar nichts. Es bräuchte Energieberaterinnen und Energieberater. Es bräuchte, was bräuchte es noch? Äh, äh, Dings. Äh, Wärmepumpen. Bräuchte es auch. Und natürlich Handwerker, die die einbauen können. Millionen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer wissen gerade nicht, was sie machen sollen. Das hat Robert Habeck bei seinem Gebäude-Energie-Gesetz offenbar nicht so bedacht. Er ist halt auch selbst kein Handwerker. Er ist Philosoph, betreibt fröhliche Wissenschaft. Der kann keine Wärmepumpe einbauen, kann aber vermutlich mit Hegel erklären, was der Weltgeist sich dabei gedacht hat. Und, ähm, laut Branchenverband fehlen in Deutschland 60.000 Heizungsinstallateure. Und viele von denen, die da sind, die kennen sich mit dem Einbau von Wärmepumpen auch nicht unbedingt aus. Da kann ja technisch einiges schief gehen. Wenn man zum Beispiel eine Wärmepumpe einbaut, die Wärme über eine Erdbohrung holt, kann man da vieles falsch machen. Wenn man zu flach bohrt, kommt nicht genügend Wärme an. Wenn man zu tief bohrt, also bis zum Erdkern, wird es zwar schon warm, aber eben 6000 Grad. Will man das. Und wenn man noch weiter bohrt, immer weiter, 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 weiter bohrt, dann bringt das gar nichts. Aber man sieht durch das Bohrloch die Oper von Sydney. Also, das ist dückisch. Ich bin jetzt selber nicht vom Fach, wie Sie eventuell merken. Ich habe mich für einen anderen Beruf entschieden, wenn man das Beruf nennen kann. Das Handwerk sucht aber händeringen Nachwuchs. Und ich denke manchmal auch, warum will das denn keiner mehr machen? Das ist doch toll. Also nicht nur Installateure suchen Nachwuchs. Alle, auch Bäcker, Fleischereibetriebe, alle möglichen Betriebe suchen. Früher ließen sich junge Menschen offenbar auch schneller fürs Handwerk begeistern. Hier ein Werbefilm aus den 80ern. Bitte schön. Fräulein, ich hätte gern von der Leberwurst 100 Gramm, ja? Grobe oder feine Leberwurst? Darf es so ein Stückchen sein? Ja. Danke. Ihr habt ja ein recht schönes Leben hier. Mensch, diese Mädchen. Und das den ganzen Tag. Also, eigentlich sind wir ja zum Arbeiten hier. Du siehst das falsch. Die Mädchen, das sind richtig dufte Kumpel und Kollegin. Darf ich Ihnen so ein Stück ausgeben? Und in die könnte ich mich verlieben. Ja, aber erst, wenn sie ausgelernt hat. Es war eine andere Zeit. Eine bessere Zeit, wenn Sie mich fragen. Das Fleisch war willig und der Geist war schwach. Warum ist das heute nicht mehr so? Die Helden unserer Zeit sind doch nicht mehr Bergretterinnen und Kampfjetpiloten. Nein, es sind Handwerker. Handwerker, die einem was einbauen können. Handwerker sind die begehrtesten und gefragtesten Menschen in diesem Land. Früher wurde man bewundert angeschaut, wenn man gesagt hat, ich bin Gehirnchirurgin oder ich bin erfolgreicher Schauspieler. Heute muss man nur sagen, ich kann eine Vierermuffe von einem Doppelflansche unterscheiden. Und alle reißen sich um dich. Also nochmal, du wartest hinter dem Haus und hältst dich bereit. Ich verstecke mich hier und observiere die Zielpersonen. Der Adler ist gelandet, der Adler ist gelandet. Roger, Roger. Und ich fange die Zielpersonen an der Haustür ab. Er darf nicht klingeln, auf keinen Fall. Du sagst die Nein. Du kommst jetzt mit zu uns. Wenn alles nach Plan läuft, kriegt Frau Hansen gar nicht mit, dass wir einen Klempner haben. Wir haben leider keinen anderen Ausweg gesehen. Es musste sein. Seit einem Jahr warten wir auf einen Klempner, der uns die Heizung und Warmwasser repariert. Wenn unser kleiner Sonnenschein erst mal da ist, dann würden wir ihn schon gerne mal warm baden. Das Dach und die Elektrik machen Sie danach bitte auch noch. Und dann streichen Sie noch die Wände im Kinderzimmer und eine Wärmepumpe bräuchten wir auch. Eine Wärmepumpe? Wissen Sie überhaupt, wie kommt... Schnauze! Du machst das, vorher kommst du hier nicht raus. Und dann sind wir leider aufgeflogen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte bleiben Sie ruhig. Es soll niemand zu Schaden kommen. Wie lauten Ihre Forderungen? Ein Siegzehner Maulschlüssel, eine Rohrzange, zwei Meter Kupferrohr und ein Schnüffelstück. Hä? Was? Nein, Lösegeld. Kein Lösegeld, wir bezahlen dafür. Sie wollen ihn bezahlen? Ja, richtig viel. Geld spielt keine Rolle. Hauptsache, wir waren duschen. Moment mal. Unser Klo auf der Wache ist doch auch schon seit Ewigkeiten kaputt. Egal, wie viel Sie ihm zahlen, wir zahlen ihm mehr. Und jetzt kommen Sie. Tja, da hatten die uns leider in der Hand. Wir schlagen Ihnen einen Deal vor. Lassen Sie den Klempner gehen. Dafür schicken wir Ihnen nächsten Monat einen Elektriker für die Sicherung. Gegen Vorschlag. Er repariert jetzt unsere Heizung und dafür verzichten wir auf die Malerarbeit. Okay. Aber nur, wenn er danach bei uns das Klo macht. Durch den Deal mit der Polizei waren wir safe. Doch dann ... Moment mal, wo ist er hin? Er ist weg! Wie jetzt? Da! Alle verfügbaren Einheiten zum Einsatzort. Was ist da eigentlich los in Robert Habecks Ministerium für Familie, Vettern, Wirtschaft und gute Freunde? Ich gebe zu, es klingt alles wahnsinnig verworren. Aber glauben Sie mir, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es auch nicht komplizierter als eine ganz gewöhnliche ARD-Telenovela. Wir haben hier mal was vorbereitet. Wir versuchen das mal ganz einfach und übersichtlich zu erklären. Also hier in der Mitte ist Patrick Greichen. Er ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Patrick Greichen gilt als einer der wichtigsten Vertrauten von Robert Habeck. Man sagt, dass Patrick Greichen viele Gesetze aus dem Hause Habeck maßgeblich mitverfasst hat. Und Greichen hat zwei Geschwister. Sein Bruder ist Jakob Greichen, seine Schwester ist Verena Greichen. Und beide Geschwister von Patrick Greichen, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist, beide arbeiten verantwortlich für das Öko-Institut in Freiburg. Das ist ein Forschungsinstitut, das den Grünen nahesteht und das vom Wirtschaftsministerium, also von Habeck und von Patrick Greichen, jährlich Aufträge bekommt in Höhe von mindestens 630.000 Euro für Gutachten. Also sozusagen vom Chef des Bruders an die Geschwister. Verena Greichen wurde außerdem noch von der Bundesregierung in den Nationalen Wasserstoffrat berufen, der an den Sekretärsausschuss berichtet, also auch an ihren Bruder. Außerdem ist Verena Greichen verheiratet mit Michael Kellner. Der ist auch Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, also unter Minister Habeck. Und damit Kollege seines Schwagers, Patrick Greichen. Verena Greichen kann also sowohl ihrem Mann als auch ihren Brüdern ja nicht nur privat sagen, was Sache ist, sondern auch während der Arbeitszeit. Da klüngeln einem ganz schön die Ohren, oder? Jetzt aber, jetzt aber kommt der aktuelle Knaller. Patrick Greichen war in der Findungskommission für den neuen Chef der Deutschen Energieagentur. Er war im Ausfallverfahren beteiligt. Und wer wurde es? Es wurde Michael Schäfer, der wiederum Trauzeuge von Patrick Greichen war. Das ist vermutlich aber noch nicht alles. Uns liegen bislang unbestätigte Informationen vor, dass Greichens Schwibbschwager mit der Tante des Cousins von Harry Potters Mutter bekannt sein soll, die einen Hund hatte, der mit der Oma der Katze von Anton Hofreiter verschwägert ist. Da stellt man sich doch ganz automatisch die Greichen-Frage, die da lautet, Moment mal, könnte es sein, dass es auch in meiner Familie irgendeine entfernte verwandtschaftliche Beziehung zu Patrick Greichen gibt? Sodass er mir einen lukrativen Posten verschaffen kann im Dunstkreis des Wirtschaftsministeriums. Das wird aber was. Robert Habeck ist als oberster Dienstherr natürlich verantwortlich für eventuelles Fehlverhalten seiner Staatssekretäre. Und Habeck sagt, es ist ein Fehler passiert, da beißt die Maus keinen Faden ab. Trotzdem aber kein Grund, den Hund in der Pfanne verrückt werden zu lassen und wie von der Tarantel gestochen überzureagieren. Sonst ist Greichen nämlich ein Mann zum Pferdestehlen und das ganze Affentheater überzogen. Habeck lässt das natürlich mit seiner locker entspannten Art an sich abperlen. Von dem kann man wirklich noch was lernen. Erfolgreich und geil leben mit Robert Habeck. Ja, Moini, hier ist mal wieder der Checker auf dem Trecker. Euer Idol mit dem Kohl. Wollt ihr so erfolgreich und gut aussehen werden wie ich, dann habe ich drei Tipps für euch. Erstens klare Ansagen. Wie neulich auf Rügen, da war ich zum Betriebsausflug zusammen mit der Schlaftablette von der SPD. Schlimm genug. Aber dann waren die Homies da auch noch alle auf Zinne wegen dem geplanten LNG-Terminal. Das musst du dann mit klaren Ansagen wegwischen. Wer L sagt, muss auch NG sagen. Wo gefreckt wird, da fallen Späne und ein bisschen Gas muss sein. Und wenn die Pinsel von der Insel das nicht checken, musst du die Moralkeule rausholen. Weil es um die Frage von nationaler Energiesicherheit noch immer geht, weil wir noch nicht durch sind. Geht übrigens auch bei Wärmepumpen. Wenn da Kritik kommt, von wegen zu teuer, zu laut und ist nicht, weil geht nicht, sagst du einfach nur, hol dir jetzt eine Wärmepumpe, wie und wo, das ist mir bumper. So, Punkt 2. Styling ist alles. Warum? Naja, wenn mir der Christian, ach nee, den sieht sich jetzt ja wieder. Also, wenn der Herr Lindner mir in Sachen Heizung den schwarzen Peter in die Schuhe schieben will, dann laufe ich halt barfuß im Habeck-Style. Sieht auch geiler aus. Guck mal. Und noch ein heißer Styling-Tipp. Bauhelme. Die gehen immer. Wobei, wichtig ist natürlich, was unter dem Helm ist. Also, in diesem Fall ich. So, und drittens das Wichtigste. We are Family. Wenn du so ein Wirtschaftsministerium leiten willst, umgib dich mit guten Freunden, die sich auch alle untereinander gut kennen und möglichst verwandt, verheiratet oder verschwägert sind. Dann müsst ihr bei Meetings nicht immer diese beklagten Kennenlernenspiele spielen. We are Family ist auch geil bei Preisverleihungen. Als ich neulich den Energieküsten-Award bekommen habe, weil ich der geilste Typ Schleswig-Holsteins bin, habe mir das Ding, der zweitgeilste Typ Schleswig-Holsteins, überreicht. Mein Bruder. Und jetzt kommt ihr. Das war Erfolgreich und geil Leben mit Robert Habeck. Nächste Woche zeige ich euch, wie ihr perfekte Politiker-Fotos macht. Kleine Einschränkung, funktioniert nur mit mir. Macht's gut. Euer Robert. Das war's für heute.